Hi Leute, hier ist mir der Racer Killingen vom Racer Killingen Kanal auf YouTube. Heute zeige ich euch einen Stemfiller bei der Last of Us. Also ihr müsst halt vor dem Gitter hier so einen Mülltonnen daneben schieben um oben drüber zu gehen, um dann hier her zu kommen. Nur hier ist das Problem, wenn wir zurück jetzt unten durch, zurück, seht ihr das hier. Der Griff hat sich durch das Gitter durchgeschoben. Ja, toll. Dann gibt es hier glaube ich noch so einen Fehler. Ja, Last of Us habe ich schon gefreut wegen so schönen Grafiken und da ist es auch von Kollegen gefallen. Dann, schaut mal hier, voll die komische Heckleuchten-Teile. Ja, und dann ist noch das hier zu sagen. Im Blick komisch. Gras wächst durch die Stoßstange. Naja, sehr öfters manchmal auf diesen, naja, was will man sagen. Man ist ja nicht Programmierer. Naja, auch schon gut gemacht, das Spiel. Naja, vielleicht finden auch ein paar andere so Fehler. Ja, und, ja, ich wollte vielleicht sagen, dass ich bei, vielleicht mit der neuen PS4 und Let's Play anfange von Battlefield 4 und GTA 5, ähm, schreibt mir einfach in die Kommentare was hier auf dem hält oder hinterlassen mir einfach mal so einen Like-Button. Oh, hier ist auch nochmal so etwas. Naja. Wie sie halt wollen. Oh, sieht die Grafiken geil aus. Das heißt man nämlich hier draußen. Geil. Äh, das war's jetzt mal von mir, von Last of Us. Vielleicht noch ein paar andere, wie gesagt. Dann, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Oder ist es etwa das wörter in die Centre? Ja.